Stimmt, also, naja, wie sieht's mit... Ja? Ja. Nee, erzähl du erstmal. Okay, wo wir gerade bei Lachdanan waren und Typen, die irgendwo in der Gegend rumstehen, aber so aussehen wie Gegner, gab's in Diablo 1 noch einen anderen, nämlich den Garbat the Reak. Und, ähm, das ist so ein, äh, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Ziegenmensch-Typi gewesen. Ich weiß, ich weiß. Und, ähm, den hat man, glaube ich, weiß gar nicht, wo man den genau getroffen hat. Ich glaube, in den Katakomben, wenn ich mich recht entsinnere. Und den kannst du auch hier treffen. Ja, da gibt's übrigens auch ein Achievement für. Den ich noch nicht habe. Was, du hast den noch nie getroffen? Ich hab den noch nie getroffen. Boah, krass. Ich weiß zwar, wo er ist, aber... Also, ich hab den, ich hab den mal zufällig mit meiner Frau, sie sind mir mal drüber gestolpert und haben den, äh, da, ja, platt gemacht. Letzten Endes, genau. So, hier ist noch ein Buch. Ja, hier ist noch ein Buch, ich seh schon. Bestimmt wieder Lachdanans, Schriftrolle, Teil 2. Es war Lazarus, dessen bin ich mir sicher. Nur er fand beim König Gehör und belegte ihn so mit finsterer, bösartiger Magie. Er redete ihm ein, dass ein Angriff aus der Westmark unmittelbar bevorstand. Aus Angst, gegen den Erzbischof aufzubegehren, stimmten die nichtsnutzigen Berater widerstandslos zu und schickten uns in den Tod. Tja, und dann gibt's das nächste Buch. Ja, ich musste schon leicht schmunzeln, weil ich schon gesehen habe. Ich hab's mitgekriegt. Aber das ist ja echt, also die kommen ja am laufenden Bande. Okay, also Lachdanans, Schriftrolle, Teil 3. Als wir von unserer entsetzlichen Niederlage in der Westmark zurückkehrten, verlor mein geliebter König die letzten Anzeichen der Vernunft. Er schäumte vor Wut und beschimpfte uns auf übelste Weise als Verräter. Unter großem Kummer durchbohrte ich ihn mit meinem Schwert. Ja, da hat er den König einfach mal so umgelegt. Richtig. Oh, unsere ersten Champions. Oh, schön. Ich halt mich mal dezent zurück. Ja, ich hau einfach nur drauf. Ich frost hier mal so ein bisschen rein. Wieso bin ich schon der Werb und du noch nicht? Weil ich jetzt gleich Level up bin, Worte. Ja, ich hab halt, es liegt vielleicht auch an der Ausrüstung, dass ich eins mit, ähm... Was? Oh! Was denn? Du hast plus eins auf Erfahrung? Ich? Weiß ich nicht. Nein, äh, ja, ich hab, glaub ich, mit Erfahrung irgendwas. Oh Gott, ich seh grad. Ja, plus eins, genau. Ah, verrückt. Ich seh grad hier, ich hab ein übelst volles Inventar. Äh, ich sollte mal hier... Ich seh grad, ich hab hier eine übelst volles Inventar. Du kannst noch nicht in die Stadt teleportieren, das geht erst später. Ne, aber ich seh grad, dass ich hier zum Beispiel ein Schwert hab mit 8,4. Ähm, und das natürlich... Das könntest du mir geben. Ich hätte das jetzt so selber genommen. Ich kann dir eine Axt geben mit 7,3. Ist das auch okay. Ist auch okay. Ich kämpfe grad mit einem Kurzschwert und das ist schlecht. Ähm, na gut, warte mal, dann machen wir das mal. Ich kann dir auch das, äh, Kurzschwert geben. Gib's mir einfach... Also, wenn du mir eins von beiden wieder zurückgibst, das wär ganz cool. Genau, so. Weil ich hab nämlich bisher mit meinem Zauberstäbchen, äh, gekämpft und der hat irgendwie 3. Ah, das ist ein bisschen wenig. Oh, guck mal hier. Ich hab jetzt schon wieder Wüstenhalter, ähm, mit, äh, Rüstung 3 und erhöhten Gold- und Heilkugelradius. Das ist nicht schlecht. Dann brauchst du nicht jedes Mal hinterherlaufen. Das stimmt. Also, du kannst, dann hast du besser, kannst du öfters besser einsammeln und so. Das ist definitiv besser, als gar nichts zu haben. Ähm, sag mal hier, äh, ich hab hier Stiefelchenrüstung 10. Oh, nicht schlecht. Aber, ich habe was mit 5 Bewegung und ich bin schnell und ich muss schnell sein. Ich brauch's nicht. Alles klar, gut. Ähm, was hab ich hier sonst noch so? Oh, oh, oh. Ähm, ich hab hier noch einen hochwertigen Brustschutz mit Rüstung 25. Oh, den nehm ich, den nehm ich. Hätte ich ja jetzt schon fast selber auch beinahe genommen. Aber, ich sag mal, ich steh ja hinten. Das heißt, da geh ich jetzt mal von aus, dass das hoffentlich nicht ganz so kritisch ist. Ich brauch ein bisschen mehr Rüstung als du, ja. Ja. Ich pass schon auf, dass du nicht auf die Mütze kriegst. Das ist schön, das ist schön. Wollen wir nicht sowas erleben, wie das letzte Mal hier. Also, ähm, reden wir überhaupt nicht drüber. Komm, wir gehen einfach weiter. Du, nicht wir. Das ja stimmt ja eigentlich. Ach, verdammt. Nee, äh, du hast dich ja mit den Barbaren da ziemlich gut geschlagen, muss ich sagen. Also, das war... Ja, du hast ja auch meinen höchsten Hardcore-Charakter schon gesehen. Ja, das war... Da bin ich noch ganz, ganz weit von entfernt. Ja, äh, wir beide. Aber ich muss auch sagen, ich muss auch sagen, äh, mit einem Barbaren, ähm, lässt sich's auf Hardcore auch, ähm, ein gutes Stück leichter spielen. Also, das soll jetzt nie deinen Barbaren abwerten, aber das ist so von dem, was ich so, ähm, mitgekriegt hab, wie sich das so spielt. Weil einen Barbaren hatte ich auch schon mal gespielt. Und dergegen fand ich doch ein bisschen besser. Also, ich würd sagen... Ja. Ich würd sagen, wir gehen jetzt da mal rein und retten den Deckard Cain. Genau. Der muss unbedingt gerettet werden. Auf jeden Fall. Ich klicke mal hier auf einnehmen. So. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ein. Das Skelettkönig! Die Marsch des gefallenen Sterns hat mich erweckt. Und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Warm! Bringt mir seine Knochen! So, bevor du jetzt hier loskämpfst, äh, hier gibt's auch ein Achievement, weißt du das? Äh, 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 hier gibt's ein Achievement. Achso, ja, hier gibt's ein Achievement. Das hab ich glaube ich noch, ne? Dann, dann, du, dann weißt du, wie's abläuft. Also, diese Gegner, diese Gegner darfst du noch töten. Aber wenn nachher der Endboss, also der Boss jetzt spawnt. Achso, dann, dann muss man den zuerst glatt machen, oder? Der muss zuerst sterben, genau. Warte, noch kommen keine. Ich glaube, jetzt nach dem, jetzt den nur noch, nur noch auf den, warte. Nur noch auf den Boss? Da ist er. Genau, da ist er. Oh, ich muss jetzt aufpassen, das ist doof bei mir. Ich, ich hau den so um. Äh, verdammt. Ich muss erst mal meine, meine Dingens wieder, jetzt kommt die Skelette hier hoch. Das ist natürlich nicht feierlich. Boah, ich kann, ich muss extrem aufpassen. Warte, 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 ich komm mal hier rum. Er hat nur 26 Leben. Gut, du hast ihn. Boah. So, gleich mal ein bisschen Achievement hier gefarmt. Ist ja der Wahnsinn. Also, da hätte ich wahrscheinlich ewig drauf gewartet auf das Achievement. Huch, meine Taschen sind voll. Verdammt. Das schmeiß man, das schmeiß man doch mal raus. Ähm, irgendwas sinnlos. Ich habe ja nämlich was Blaues, was ich einfach mal mitnehmen würde. Ach hier, Zauberstab für 2, den können wir uns mal schenken. Ähm, ja, links Zauberstab, also, nee. Gut, dann reden wir doch mal mit dem, also Bücher lesen können wir später noch, ne? Wir reden einfach mal mit dem Cain. Tja, der Cain jetzt hier. Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach Tristram. Echt mal mit 2 Mädels im Handgepäck, ey. Den geht's bestimmt auch gut. So. Uh, Video. Ich habe mein Versprechen gegenüber Lea erfüllt und ihren Onkel Deckert Cain gerettet. Alles, was jetzt noch zwischen mir und dem gefallenen Stern steht, ist der Skelettkönig, der zurückgekehrt ist, um Tristram erneut in Finsternis zu stürzen. So. Äh, mit. Okay, so. Ja, da sind wir wieder. Und, ähm, ja, da quatschen wir einfach mit der Lea, ne? Ja. Du lebst! Dank dir und deiner Freundin ihr. Unsere Zeit wird knapp. Was könnt ihr mir über den gefallenen Stern erzählen? Ich weiß nicht viel, fürchte ich. Obwohl die Prophezeiung der Endzeit Ihnen sicherlich als Zeichen deutet, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Hm. Jo, na gut, dann rede ich mal gleich noch mit dem Deckert weiter. Mach das. Weil der will uns hier Geschichten erzählen ohne Ende. Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher, Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren. Und auch seine Seele selbst. Bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Leorics Schicksal ist tragisch, doch mir geht es um den gefallenen Stern. Und der Skelettkönig ist mir im Weg. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hattrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Siehst du, jetzt ist mir gerade ganz spontan noch was eingefallen. Was denn? Und zwar, es gibt ja auch ein Achievement dafür, wenn man irgendwie alle Gespräche geführt hat. Stimmt. Und hier an der Stelle ist nämlich ganz fies, da kann man zwischen dem Gespräch mit der Lea und dem Gespräch mit dem Deckert, kann man schon mit dem Schmied reden. Und da erzählt der Schmied einem irgendwas. Ja, das habe ich auch schon gehabt. Und dieses Gespräch hat mir, als ich das erste Mal durchgespielt habe, hat mir genau dieses eine Gespräch im ersten Akt am Ende gefehlt. Und da dachte ich mir dann so, ah, verdammt. Und das dann vor allem rauszukriegen, dass das genau da dazwischen ist, das ist schon ein bisschen etwas tricky. Dass man da noch mit dem Schmied labern kann. Aber gut. Dann sprich mal mit dem Schmied. Ja, aber eigentlich, warte mal, ich glaube, ich müsste erst mal hier mein ganzes Zeug verkloppen. Ich glaube, du hast das schon gemacht. Ja, hier ist direkt ein Händler, kannst auch gleich machen. Da verkloppe ich erst mal hier meine ganzen sinnlosen Sachen. Achso, du siehst ja jetzt natürlich nie, was ich habe. Pass mal auf, ich habe hier noch ein Schwert 9,1. Nimm ich. Nimmst du? Okay, gut. Nimm ich. So, was habe ich jetzt hier noch so für lustig? Ja, gut, Bogen willst du ja nicht. Knüppel und sowas. Das brauchst du auch alles nicht. Schuhe. Nee, okay. Handschuhe oder sowas? Magisch, ja. Nee, okay, gut. Dann hätte ich hier noch ein Schild. Acht Rüstungen und getötete Gegner geben zwei Erfahrungen. Nö. Nee, okay, gut. Ja, dann halt was. Warum? Dann schmeißen wir das jetzt mal alles dem, den Rachen. Gut, dann hat sich das auch schon. Und jetzt können wir mal mit dem Hedrick reden. Schmied, Deckard Cain sagte, ihr könntet helfen, die Krone Leorix zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen. Genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Ich weiß, dass es schwierig sein wird. Aber sie würde es wollen. Ich werde euch helfen. Hab Dank. Folgt mir. Huch. Der rennt schon vor, ne? Der rennt schon vor. Also bei mir hat es jetzt gerade auch ganz kurz geruckelt. Ich weiß zwar gar nicht, warum. Aber naja, gut. Okay, gehen wir mal rein. Soll ich was über das Achievement sagen, was es jetzt schon gibt? Ja, kannst du gerne machen. Also, es gibt ja ein Achievement, wenn... Also, es gibt ja ein Achievement...